Nancy Faeser, oder wie sie auch immer heißt, neben Annalena Baerbock, der stotternden Plagiatsurschel, der Hampelmann-Innenkoalition und Karl Lauterbach, dem übrig gebliebenen Angst- und Panik-Horonisten, ist die nächste verhaltensauffällige Blamage und zeigt Deutschland und der Welt ihren verschrobenen Begriff von Extremismus, Tod und Terror. Und wir lernen, die Gute ist nicht nur auf einem Auge blind, sondern auch intellektuell nicht sonderlich hochbegabt. Der Rechtsextremismus sei eine Gefahr, wiederholt die in der Wolle gefärbte Rote als überzeugte Antifaschistin, ohne derzeit herrschenden Faschismus, den sie heldenhaft bekämpfen könnte, ihre einzige Sinnstiftung als Politikerin und Regierungsmitglied. Der Linksextremismus, der in Deutschland ebenso wie die Gefahr von Rechts zu Toten und Terror geführt hat, wird hingegen stilechter rote Teppich ausgerollt. Die rechten Faschisten verteufelt die Gute zurecht, den linken Faschisten wirft sie sich an den Hals, bittet und bettelt um dessen Anerkennung und den islamistischen Terrorismus negiert sie aus ideologischen Gründen. Ganz im Gegenteil, reiht sie Deutschland in die sogenannte Koalition der Willigen ein, also in jene Länder, die ihre Bevölkerung wie Schafe am Silbertablette, Multikulturalismus und dessen Einzelfallsegnungen opfern wollen. Für die Opfer von linken wie rechten Extremismus und religiösem Terrorismus ist die Unterscheidung hingegen nicht nachvollziehbar, macht es doch kaum für einen Toten einen Unterschied, ob er von Hammer und Sichel, dem Hackenkreuz oder dem Halbmond erschlagen gemeuchelt oder in die Luft gesprengt wurde, bei Nancy Faeser oder Faeser oder wie das auch immer heißen soll, trifft das gute alte Hufeisenprinzip wie die Faust aufs Auge zu. An den Enden treffen sie sich wieder, die alten und neuen Faschisten. Ignatius Ilone mit das treffende Zitat zugeschrieben, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus, eine Weisheit, die sich Nancy Faeser vielleicht noch aneignen sollte.